Hallo und Willkommen zu ReDreamTogames! Willkommen zu ReDreamTogames! Willkommen zu ReDreamTogames! Ja, mach mal eben das Fenster zu. Ja, mach mal eben das Fenster zu. So, ähm, hi. Wir spielen endlich mal wieder Mario Kart. Johannes Broth hat sich auch jetzt endlich beruhigt. Er hat die letzten Monate, in denen wir ihn nicht gespielt haben, weil er die ganze Zeit nach Sauber das einmal verloren hat bei Mario Kart. Ja, bis zum Glück, dass er sich mit dem Messer in die Wand gestochen hat. Ja, das hat... Und hier, die Gasangriffe auch ein bisschen übertrieben. Ja, ich weiß. Äh, okay, wir waren bestimmt bei 100, oder? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls bin ich, äh, Gonis und Johannes Broth ist der zweite Player. Ach ja, genau, wir haben uns ja entschieden, das zu weit zu nehmen. Ach! Und wir dürfen nur das Auto noch auswählen. Dann gucken wir aber alle Cooper, ne? Dann ist es, äh... Ja, aber du... Ach ja, die Cooper sind ja egal, ob der rot und rot ist. Ja. Oder echt? Ja. Nicht, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber wir haben ja genau dieselben! Stimmt! Haha! Aber ich hab schwer, das ist doof! Stimmt! Also wir haben dieselben Fahrer, nur du bist schwer und ich leid. Ja, ich hasse auch... Man sieht nicht mal die Werte von den Autos, was sollen die Scheiße! Ja, das ist nur beim Einzelplay. Der war glaub ich kacke, oder? Ja, der war richtig scheiße. Der war gut. Der war ziemlich gleich. Donkey Kong. Ah, dann nehm ich den, weil das passt ja. Ja. So, mal gucken. Wir haben hier Gold, hier Gold und hier nix. Oh! Da bist du irgendwann durchgedreht und hast mir das Messer an die Kille gehalten. Tut mir auch leid, dass ich die Stromverbindung angeschlossen habe. Ja. Und dann nochmal Lichtschalter an und auslaufen. Oh mein Gott. Gut, lass dich dien Beruferei zu arbeiten.. also unser Spielstand ist und so.. was auch schon so lange her ist. Yay! Oh Gott die steuer hoch als ich erstmal wieder rein kam. Das stimmt die ist so schwer und alle um7 mit diesem wo man lenkt, damit lenkt man aaa cacke! Sonst solltest du das auch benutzen! Wie benutzt man ein Item auf X? oder Y fucking Y proposal Ah, das war jetzt n bisschen sehr scheiße! gegräßt von mir da werde ich dich jetzt auch und danach nicht hier wird gesagt das ist so sprunger schüsse näher und ich bin nicht mal erster ach wir waren auch voll schlecht wir hätten das hier gar nicht geschafft also ja es ist egal welche kumpelmann ist ich habe jetzt drei gründe da sind wir wirklich gleich nur dass du schwer bist und nicht leicht es reicht ja also die eisen sind auf jeden fall gleich ja mal das nicht cool so ein bisschen bisschen fährer aller kann kann er vor der arme vielleicht irgendwas sagen durch den satz nur halb gesagt komfort alle ich bin überhaupt keine alten fahr komische kreise ach ja jetzt weiß ich wie gesagt es ist gar nicht schön dass wir es noch mal machen müssen weil wir es nicht mehr daran erinnern wir hätten sie noch mal machen müssen ach so ich habe es ja auch gar nicht hochgeladen das weiß gar keine also letztes Mal hat die alles guter Anfall gekriegt haben ein Messer an die Kehle gehalten man ist danach in die Wand gerammt und ich war in den Stromkreis angeschlossen hast du nicht Wand gesagt eben hast du das Messer an die Wand gerammt ach doch ja stimmt das habe ich nur wieder vergessen ich wurde geblitzt Dingsbomst aber wir waren eh so schlecht dass wir den Grand Prix gar nicht geschafft hätten oder irgendwie sieht das jetzt auch so aus weil ich die ganze Zeit nur Zweiter bin ich bin die ganze Zeit nur Fünfter ich komm nicht mehr ich krieg keinen mehr hoch na gut jetzt bin jetzt hole ich grad langsam auf ich seh dich schon da hinten irgendwo ich bin Dritter ok jetzt bin ich erst mal und ich drifte auch überhaupt nicht gerade ich glaub das ist mein Fehler richtig das war ja schon immer dein Fehler nicht wahr? also driften verstehe ich eher als hüpfen aber hüpfen war ja bei N64 das driften ich glaub ich schaffe es ja konkret nein warum jetzt kack scheiß schwere sind einfach scheiße ich war die ganze Zeit aber das Schicksal hat es ja bestimmt ich hasse Fette ja das hasse ich so ein Spiel wie wir grad gespielt haben so ein Brettspiel müssen wir mal auf Spiele so umleihen so Melodien von Spielen und Knete also Figuren von dem da das ist ja nur von so einem Spiel wir wollen schon oft Brettspiele erfinden wir haben sogar eins angefangen wir müssen wie der Vater von Lilly sein das nur halt dann in gut nicht krankheiten ja bekomme Aids und Masern kostenlos man man ach let's go geh weg wenn wir nämlich genau das Item weg mhm BOOM auch kacke es hat nicht funktioniert PESPA BOOM AYE scheißen Dreck ich hab mal einen Super-Altern gekackt 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 krrk 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 mit deiner meiner ist auch nicht kaputt er klebt nur so dass die Tasten nicht so gut sind achja hier ja alter was war das denn meine Friese ich bin grad ganz schön gut muss ich sagen so wie er so ich mag denn die Zahl ist schön mit Kurven auch gerade Linien die hat alles was man so braucht ja was ist eigentlich deine Lieblingszahl ich glaube meine ist 4 meine glaube ich war immer 3 also 2 finde ich auch ganz gut aber nur wenn man diesen Kreisel da in die 2 reinmacht bei dir geht es immer nur ums Aussehen ne ja ich rede auch gerade vom Aussehen wie soll man denn die inneren Werte von der Zahl bestimmen ich weiß nicht so der Wert und die Position die Position und so ja die Position wo die so ungefähr und die ist schön am Anfang und so nein nein echt meine Fliese ok ich benutze das jetzt einfach da habe ich keinen Bock drauf was der Bowser Panzer hat gerade ein Auto umgehauen hä alter habe es zwar nicht umgehauen aber einmal wackeln lassen toll machst mir voll die Hoffnung ne es ist hoch geflogen man hätte unter durchfahren können voll die Hoffnung dass das wegfliegt du willst Autos kaputt machen ja ich weiß die ganze Zeit nur grüne Panzer auch ja hier ist das so scheiße dass man immer nur grüne Panzer kriegt ich esse gerne Brot mit ganz viel Brot das wäre ja eklig weil man schmeckt nur eklige Sachen ja ich wollte gar nicht helfen aber man immer wenn ich drei Panzer habe dann fahr ich irgendwo gegen und hab sie nicht mehr oh das Haus ist langweilig oh mein Gott Pam 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 der auch noch hin und her don't mess with the warrior ja na jetzt Brot du musst dich erstmal anstrengen das ist voll langweilig man kann sich ja nicht eigentlich das was am meisten Spaß macht in der Mario Kart ist ja eigentlich sich darüber aufzuregen wenn gerade mal noch irgendwie gerade ins Ziel kommt aber es geht nicht wenn ich einfach ganz locker ins Ziel fahre so Yoshi pisst euch sieht sich irgendwie komisch an bei dir ja weil der so verklebt ist Alter pisst euch doch mal alle hier jetzt hier boah oh fuck ihr werdet alle so tot gewesen wenn ich schieße ihn in die Abkürzung so ein Crap Alter ich hab noch kein einziges Item hier gekriegt heul doch Alter wie ich alle weg rammen kann ey das ist cool ah Hilfe Hilfe nein schnagel 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 die Bargel ach kacka oi hab noch kein Item gekriegt hier deal with it fick dich aber das war voll dumm hab ich das nicht nach vorne geschossen damit du mich wieder ärgern kannst das er hat aber einfach ist es da was nicht gekriegt kate hier ich bin erst da wie ein König Johann 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 König ich weiß nicht dieser äh Debris ist jetzt auch gut vergessen aber wie der heißt heißt der nicht Debris nein der ist Nico glaub ich was ist das denn für ein scheiß Name aber ich weiß nicht wie der mit Nachnamen ist ich dachte gerade mein roter Panzer hat ein Item getroffen was da lag aber nein das war ein Baby Mario und so die waren so klein dass ich gedacht das wäre ein Item ach ist das schön hier war schon so ein Blitz oder? ja und Stern auch das ist irgendwie ja aber das sieht einfach so scheiße aus das ist ganz schön rar jetzt hat's kurz geruckelt ne? ganz kurz geruckelt ganz kurz geruckelt ja mal sehen ob das wieder 150 ist ne? da musst du vielleicht die Auflösung noch kleiner stellen Aua schieß mich doch nicht ab du blöde Sau sonst krieg ich noch einen blauen Fleck was will ich mit den ganzen scheiß Pilzen? hier haben wir doch irgendwo so eine Sonne entdeckt äh ne ne so ein aufgemaltes M ja auf der Rückseite von nem Schild ja aber ich glaube das ist gar nicht besonders i des tja hab ich gerne gegessen mein gründer Panzer hat das nicht gegessen gegessen? du hast gesagt i des ach so ja ein falsches freigezeichen damit werd ich bestimmt der Erste ne da musst du noch sagen leg ja stimmt äh ich glaube dieses M ist auch auf nem normalen Plakat noch drauf aber trotzdem das auf dem anderen Plakat zu finden ist ja schon noch besonders ne? ja ALTERMANN ja jetzt bin ich Vierte weißt du die ganze Zeit Zweiter ne? dann kommt so ein Arschgesicht voll beleidigt da 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 oh ich bin da schon bei dem Ziel REVENGE oh komm Double Item Double Item am on the Double Cheese blablabla kennst du das? das ist richtig geil F*** DICH! NEIN! NICHT getroffen! oh 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 mit Bande getroffen und dann nicht ne? aber jetzt ist schon mal dritter ne? ach halt die Fresse ich war die ganze Zeit Zweiter kennst du das ist so geil da kommt so einer zum äh will so weißt du bestellen bei nek ist so ne die läuft in und dann hat er so nen Rap so du wirst du mal unter Double Cheese waa der ist so Szene Deluxe mäßig der ist so schön gut ach ihr wisst alle wovon ich rede ich mach den Link in die Videobeschreibung PIECE OUT so DK Bergland da wo es letztes mal so gehakt hat dass sich immer ins Loch gefallen ging und das wieder passiert das ist seine Hauptrede weil ein Loch ist da um zu stopfen ein Loch ist da um zu stopfen ja warum fahr ich nicht? oh nein ich hab irgendwas zu bei mir ein riesiges aktiviert nein nein hier ist irgendwas ja jetzt ist weg toll ich muss leider nicht neu starten ja egal ich hab ihn eh nicht mehr machen äh Opa Bosa da auf der Stelle Alter ein Megapanzer hat auf dieser kleinen Strecke nichts gebracht vor allem jetzt kannst du ja gar nicht mehr schaffen das ist ja langweilig ach wer weiß vielleicht krieg jetzt endlich mal coole Items hier hinten ja stimmt Alter nimm du mir weg ne? nimm du mir weg guck guck da hinten hab ich glaub ich sogar wen gesehen einfach mal los schiefen ey Super fliegt ja richtig wenn er heul doch ich weiß auch nicht keine passende Antwort Johannes guck ich bin schon siebter geil um die Ecke ja leg ne das passt eigentlich nur wenn man grad einen töten würde oder hinter dem Herd fällt oh wie geil ich grad gewechselt hab ey in der Kurve noch ein Teil ich bin so cool ey was ist der fast meine Nase juckt und ich muss rechtzeitig fahren was machen da eigentlich äh Formel 1 Fahrer auch und die Nase juckt deren juckt nie die Nase achso die nehmen da extra Medikamente vor allem als würdet die das würden die das noch merken dass deren Nase juckt wenn die in so einem voll 1 Auto sitzen da ja oh my godness Hilfe wo hab ich denn lang wo kann man nicht diese Filzkugeln her wer schmeißt die da die ganze Runde her der böse Berg Fragen über Fragen oh meine Nase juckt schon wieder was ist denn mit einer ich glaub es gibt Schnee das ist wenn man lügt ne es gibt Schnee dem sei der Rase juckt gibt's Schnee ne dem sagt sein Zipperlein am großen Zeh Zipperlein ach ficken ey aber heftig bin vierter dritter von achter ja sonst normalerweise würdest du sagen oh jetzt komm ich nie mehr nach vorne das äh normalerweise wärst du auch hm ja doof oh geil gekonnt hab irgendwas wollte ich sagen jetzt hab ich's vergessen nur weil du da scheiße da warst ja das hat was damit zu tun dass du von achter auf dritter gefangen bist achso ja stimmt ich stand ja ein paar Sekunden auf der Stelle und dann bin ich trotzdem noch wieder dritter geworden also ich finde da sollte man schon Applaus einspielen nö weil das sehe ich eh nicht beim schneiden genau und wenn doch dann gab's jetzt oh fuck dich mein eigener roter Panzer verfolgt mich goddamit komisch hey wy jetzt schaff Alter jetzt gibt's eine mega juckab-tackel hoooohłohohohh hör auf von Jucken zu reden dann juckt mein Kratzkopf Kopf! Dein Kratzkopf! Leg! Nein! Nicht schon wieder! Ui! Gott! Alter, ich krieg euch alle noch! Ja, genau, damit! Was krieg ich denn jetzt einfach? Da war ein Huggel, sonst wär das gegangen! Oh, weißt du, echt! Wärts ist das weiter geworden oder so! Naja... Was soll man dazu sagen? Brrrr! Warum nicht? Brrrr! Was war das denn? Soll das ein Alien-Geräusch sein? Ähm... Lila findet glaub ich alles auf, oder? Nee, da musst du dir ne Frage aussuchen um die Kerze. I'm the king, I'm the king! Ach ja, das kann man jedes Mal wegdrücken. Puh! Ich drück immer nach Versehen auf den Turbo-Knopf. Und steht... Ja, mein Name ist sogar noch da! GON! Das weiß ich nämlich. GON! Von weggegangen! Ja. So, jetzt, äh... Ah! Ah! Jaaa... JA, SPECIAL-KARF! Das ist doch scheiße! Meine Hand, das Boden immer lässt du mich hängen! Nur wenn du nicht ein Auto oder sowas krieg, freu ich mich! Aber warum kommt der Hähnchen der Spezialkapel noch nicht so? Was soll das? Ja! Das ist doch scheiße! Seh.. Seh..